Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Visual Studio Code – Erweiterung für Azure Machine Learning allgemein verfügbar Verfügbarkeit einer Erweiterung für Azure Machine Learning. Die Erweiterung für Azure Machine Learning ist nun für Visual Studio Code zugänglich. Die Entwickler von Microsoft haben eine bedeutende Neuerung für Nutzer von Visual Studio Code, VS Code, vorgestellt. In Kürze wird eine neue Erweiterung für Azure Machine Learning allgemein verfügbar sein. Diese Erweiterung zielt darauf ab, den Entwicklungsprozess für Machine Learning-Modelle zu optimieren und bietet zahlreiche Funktionen, die sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Datenwissenschaftlern zugutekommen. Ein zentraler Aspekt dieser neuen Erweiterung ist die benutzerfreundliche Integration von Azure Machine Learning in die vertraute Entwicklungsumgebung von FIAS Code. Dies ermöglicht es Entwicklern, ihre Machine Learning-Modelle direkt in ihrer bevorzugten IDE zu erstellen, zu testen und zu deployen, ohne zu anderen Plattformen wechseln zu müssen. Die Erweiterung bietet ein vollständiges Set an Werkzeugen, um Datenpipelines zu erstellen, zu verwalten und zu überwachen. Ein wichtiges Feature ist eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Nutzern ermöglicht, Daten vorzubereiten und zu verarbeiten. Die Entwickler betonen, dass die Interaktion mit Azure Machine Learning nun nahtlos abläuft. Ein Vertreter des Entwicklungsteams hat erklärt, dass es besonders wichtig gewesen sei, Entwicklern ein umfassendes Erlebnis zu bieten, das den gesamten Lebenszyklus von Machine Learning-Projekten unterstützt. Die Erweiterung erlaubte es den Benutzern, verschiedene Machine Learning-Modelle simultan zu vergleichen und die besten Modelle basierend auf Performance-Metriken auszuwählen. Ein weiterer Vorteil sei die Unterstützung für Jupyter Notebook Integration, was für viele Entwickler eine gängige Arbeitsweise darstellt. Damit könnten Nutzer ihre Experimente effizienter durchführen und dokumentieren. Darüber hinaus ermögliche die Erweiterung eine zentrale Verwaltung der Ressourcen. Hier ist der übersetzte Text. Dies umfasst die Möglichkeit, Compute-Resourcen direkt aus dem Editor heraus zu verwalten. Natürlich ist auch der gesamte Deploy-Prozess in die Umgebung integriert, sodass Modelle einfach in produktive Umgebungen implementiert werden können. Die Erweiterung zielt gezielt darauf ab, die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern, indem sie das Teilen von Modellen und Prozessen fördert. Die Entwickler wiesen darauf hin, dass die cloudbasierten Lösungen von Azure viele Vorteile gegenüber traditionellen Ansätzen bieten, da sie Skalierung, Erreichbarkeit und Sicherheit vereinen. In der heutigen Zeit nimmt die Bedeutung von Machine Learning stetig zu und Unternehmen suchen ständig nach Möglichkeiten, ihre Daten effizient zu nutzen. Mit dieser neuen Erweiterung für VS Code möchte Microsoft sicherstellen, dass ihre Nutzer das notwendige Werkzeug an der Hand haben, um in der Welt der Datenanalyse und Modellierung erfolgreich zu sein. Insgesamt zeigt die allgemeine Verfügbarkeit der Azure Machine Learning Erweiterung für Visual Studio Code, wie ernstes Microsoft mit der Unterstützung von Entwicklern ist. Die zugrunde liegende Philosophie sei es, eine offene und kollaborative Umgebung zu schaffen, die Innovation fördert und es ermöglicht, schnell auf sich ändernde Anforderungen im Bereich der Datenwissenschaft zu reagieren. Die Veröffentlichung dieser Erweiterung wird mit Spannung erwartet und die ersten Rückmeldungen zeigen bereits großes Interesse der Community. Experten sind sich einig, dass solche Tools entscheidend für die Weiterentwicklung und Verbreitung von Machine Learning in der Softwareentwicklung sein könnten. Zusammengefasst ist die Einführung der Erweiterung ein bedeutender Schritt in Richtung einer einfacheren und effizienteren Entwicklung im Bereich des Machine Learning. Und viele schauen dem Fortschritt in den kommenden Wochen gespannt entgegen. Autor Anita Farke, Montag, 26. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020